Hey Leute, ich bin's Conny und willkommen zurück zu Lumion Legacy! Und ich muss sagen, das hier ist meine letzte Folge Lumion Legacy, weil so gerne ich das Spiel auch spiele und das auch weiter hier let's playen würde, die Videoreihe, die kommt auf meinem Kanal nicht gut genug an. Und ich kann es mir einfach nicht leisten, einen kompletten Upload-Tag nur Lumion Legacy hochzuladen. Das ist einfach schlecht für meinen Kanal und deswegen muss ich damit aufhören. Dementsprechend wird das ja jetzt mein letztes Video. Ich werde wahrscheinlich Lumion Legacy weiter spielen, aber halt nur privat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn das Video hier abgeht, dann werde ich natürlich weitermachen, aber ich glaube nicht, dass das Video hier so krass abgehen wird, weil es ist immer noch Lumion Legacy und dafür interessieren sich nicht so viele Leute. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall rein in Polot Corp, weil die müssen wir jetzt infiltrieren, ganz heimlich mit unserem Riesenfiech im Nacken. So, da wären wir. Na, okay, sie hat ihre Karte zurück. Wunderbar. Und jetzt müssen wir hier bei Polot Corp herumschnüffeln. Schnüffeln wir erstmal bei der Person. Upgrade my Cyberzeug. Und jetzt du. Ich bin so nervös, nur weil ich an der Rieche. Ich kriege endlich mein eigenes Cybergear. Okay, schön für dich. Vielleicht sollten wir nicht beim Haupteingang reingehen, oder? Schauen wir mal nach, was wir noch so für Eingänge finden können. Ich meine, es gibt auf jeden Fall diesen einen Weg hier, wo der Typ... Ah, der hat sogar eine Sprechblase über dem Kopf. Okay. Entschuldigen Sie, Sir. Oh, man. Hier zu stehen hat mich echt hungrig gemacht. Ich bin auch hungrig. Würde alles für einen Sushi tun. Okay. Ich hole dir einen Sushi, Bro. Aber Lukas hat doch gesagt, dass der Sushi-Place nicht so sauber aussah. Naja, können wir uns mal den Sushi-Place anschauen. So, dann laufen wir hier einmal lang. Und hier gab's dann Sushi. New Sushi-Stick. Yeah. Ey, so dreckig sieht's hier doch gar nicht aus. Entschuldigen Sie, Ma'am. Willkommen zu Sushi-Stick. Ah, du hast Glück. Ich gebe heute Kostproben raus. Ja. Geht aufs Haus. Okay. Dubiosis Sushi. Ähm. Normalerweise geben die Leute Kostproben raus, damit man danach direkt was kauft. Sie will's mir einfach geben und mich dann verschwinden lassen. Ich glaube, die will einfach nur das Sushi loswerden. Wir erinnern uns, der Sushi-Place sah nicht so gut aus. Jetzt heißt das Sushi auch noch dubioses Sushi. Es würde mich nicht wundern, wenn das vielleicht ein bisschen schlecht ist und der Garg danach aufs Klo muss oder so. Aber gehen wir mal hin. So. Ey, Duda, du hattest doch Lust auf Sushi, ne? Ah, hier zu stehen hat mich hungrig gemacht. Ich könnte alles für einen Sushi tun. Was ist das? Du hast Sushi bei dir? Kann ich's haben? Please, please, please. Ja, klar. Kannst du haben. Oh, danke dir. So sehr. Ja, das hat mir gut getan. Ich fühl mich jetzt viel bei... Oh, oh, oh. Okay, er läuft aufs Klo. Also, Sushi hat ihn auf jeden Fall gesättigt, aber mein Lumion kommt hier nicht runter. Achso, doch. Jetzt kommt er runter. Ey. Okay, hier kann ich nicht lang, dann geh ich halt hier rein. Was ist denn da los? Was machst du denn hier? Entschuldigen Sie, Sir. Ey. Wie bist du hierher gekommen? Ach, egal. Oh, deine Keycard kommst du nicht durch diese Tür. Ähm, Entschuldigung, ich hab ne Keycard. Äh, 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 äh. Ey, du hast ne Keycard? Das macht gar keinen Sinn. Was auch immer, ich werd dich jetzt töten. Ha, 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 ha. Ähm, ja, also ich glaub, ich geh jetzt einfach weiter. Ja, wenn der Gard mich sieht, dann... Ey, ich wurde von einem Vari angegriffen. Dass er einfach rumläuft. Ja, es tut mir jetzt echt leid, aber... Das Vari, das muss jetzt weggeklatscht werden, ne? Pff, und es ist weg. So, Entschuldigung. Ey, ein weiterer Eindringling. Diesmal werd ich dich aufhalten, bevor irgendein Schaden angestellt werden kann. Okay. Dann zeig mal, wie du mich aufhalten willst. Ey, was ist denn das für ein Score? Darf ich das fangen, please? Ach, egal, es gibt nen Fire Slam. Fire Slam! Weg, ihr seht. Super effektiv. Yeah, danke. So, jetzt werd ich auf jeden Fall Lumiens wechseln. Und zwar zu Shatiki. Und wenn mein Lumiens jetzt erstmal ausgepowert ist wegen der einen Feuerattacke. Und dann hauen wir halt die nächste Feuerattacke raus. Wie gefällt dir Fire Breath, ha? Fire Breath. Und das war's. Hinten auf der Tafel steht... Hm, hm, drei, hm, sechs, hm, hm, vier, hm, hm, eins. Das ist bestimmt ein Hinweis. Oh, nicht gut. Äh, ich hau besser ab, bevor der Boss rausfindet, dass ich versagt habe. Okay. Du könntest ja auch deinem Boss irgendwie Bescheid geben oder so. Ach, keine Ahnung. Entschuldigen Sie, Sir. Die Flure auf dieser Etage werden patrouilliert von Security Guards. Von Security Lumiens. Die nur dafür entwickelt wurden, diese Flure zu bewachen. Sie sind darauf programmiert, jeden anzugreifen, der nicht in ihrer Facial Recognition Database zu finden ist. Achso, alles klar, cool. Danke für den Hinweis. Ich geh mal hier rein. Ah, meine Keycard passt hier für mich. Hey, ich werd schon wieder angegriffen. Hier ist weg, Skorp. So. Gucken wir hier mal nach. Hier kann ich auch nicht lang, okay. Dann werde ich halt die Wache da hinten fertig machen. Oder ich fang mir so einen Skorp ein. Der ist aber Level 17. Wisst ihr was? Brauch ich nicht flüchten. Entschuldigen Sie. Kriminelle sind hier nicht erlaubt. Ich muss dich darum bitten zu gehen. Ähm, ich bin doch nicht kriminell. Ich bin doch nur ein Einbrecher. Hatte der Typ nicht vorher irgendwie noch so ein Sturmgewehr bei sich? Warum benutzt er nicht das? Stattdessen benutzt er so einen Skorp, den ich einfach one-hitten kann. Oh, er holt ein Patchoul. Dann werde ich Lumion wechseln. Oh nein, ich hab daneben geklickt. Ich werde Lumion doch nicht wechseln. Das ist schlecht. Nein, nicht angreifen. Aua. Okay, dafür kriegst du jetzt aber einen Fireslam ab. Fireslam. Na gut, das war's dann. Noch einen. Okay, dann werde ich jetzt aber wechseln. Voll gut, dass diese Stadt nur aus Metall besteht und Feuer effektiv gegen Metall ist. Nicht wahr? Na, hat's geschmeckt? Scheinbar nicht. Ähm, ich glaube hierfür werde ich gefeuert. Warum solltest du gefeuert werden? Ich meine, du hast da dein Bestes gegeben. Ich will ehrlich gesagt diese Skorps jetzt nicht bekämpfen. Also, gehst du weg? Oh, hier kann ich rein. Schön. Oh, hier werden die Skorps, glaube ich, entwickelt. Wie schön. Oh, und ich werde von einem angegriffen. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um mal so ein Repellent zu verwenden. Dann kann ich 200 Steps laufen, ohne dass mich wilde Lumions angreifen. Oh, du musst mein neuer Praktikant sein. Mein Job ist es, die künstliche Lumion-Technologie zu entwickeln. Im Augenblick arbeite ich an Enhancements für unsere autonomen Security-Drohnen, den Skorps. Bla, 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 super cool. Bla, 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 bla. Ich will mir das jetzt echt nicht durchlesen. Dankeschön. Ich bin nicht dein neuer Praktikant. Ich wurde gerade eben auch von einer deiner Skorps angegriffen. Aber hier drin kann ich nichts klauen. Ich kriege halt nur Infos über den Skorps. Das sind für ein Müll. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Ey, du da. Der Boss hat die Tür zum Labor versiegeln lassen und so weiter und so fort und bla, bla. Und an mir kommst du nicht vorbei. Das werden wir sehen. Aber wir wissen schon, wie das ausgeht. Also das habe ich mit den anderen Wachen auch erlebt. Das wird jetzt einfach ein One-Hit. Dann werde ich Lumion wechseln und dann wird es noch ein One-Hit. Und wenn ich will, werde ich dann nochmal das Lumion wechseln und dann gibt es noch ein One-Hit. Ach, Feuer ist so schön, nicht wahr? Was? Der Skorp wurde mit einem Angriff besiegt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Noch ein Patschul, dann werde ich wieder wechseln. Und zwar auf Volker Loa. Komm, stramm. Oh, der arme kleine Patschul kriegt jetzt nochmal einen Fireslam ab. Und Fireslam! Das war's. Ich muss den Rest der Security warnen, bevor das hier noch schlimmer wird. Ach, du bist der Erste, der auch mal seinen Job macht und den Rest warnt. Ah, er ist weggelaufen. Gut, gehen wir mal hier rein. Ah, hier sind Umkleiden. Oh, entschuldigen Sie, ich wollte nicht stören. Was steht denn da? Ich habe eine goldene Keycard gefunden. Wie praktisch, die habe ich jetzt einfach irgendwen geklaut. Gut, wahrscheinlich könnte ich jetzt ihn ansprechen. Der würde mir sagen, dass die goldene Keycard super toll ist. Und damit komme ich überall rein. So, hier komme ich wahrscheinlich nicht vorbei, weil das ist halt wirklich verriegelt. Aber mit der goldenen Keycard kann ich ja jetzt wieder hier zurückgehen. Und dann kann ich hier rein oder da rein. Ich glaube, da will ich rein. Ich gehe erstmal hier rein. Ja, hier ist gut, hier ist gut. Hier kann ich was mitnehmen. Yeah, ich habe Boost-Token gefunden. Und da unten ist einfach die Eingangshalle. Wie schön. Dann kann ich wieder runtergehen. Nein, mein Repellent ist vorbei. Ja, ich will ein weiteres. So, und hier geht es dann wahrscheinlich weiter. Ah ja, hier sind ziemlich viele Security Guards. Geh einfach hier lang. Ey, wie bist du hier reingekommen? Ist egal. Ab hier kommst du nicht weiter. Was spielen die da für ein Spiel? Solltet ihr nicht arbeiten? Warum spielt ihr hier ein Spiel? Es ist ein Roblox-Spiel. Ich weiß aber nicht welches. Ich versuche es mal mit Mats Better. Das wird dann wahrscheinlich kein One-Hit, aber... Ja, das ist das Blöde. Dann kann ich ihm auch mal die Chance geben, mich anzugreifen. Ah, ich glaube, dann werde ich mal mit den anderen Wachen sprechen. Ich muss, glaube ich, auf den grünen Knopf drücken. Entschuldigen Sie? Der Boss toleriert keinen Versagen. Ich kann es mir nicht leisten, dich weitergehen zu lassen. Okay. Es ist mir echt leid, dass ich das machen muss für eure Jobs und so, aber... Keine Ahnung. Ich spiele ein Videospiel, ne? Da ist es mir eigentlich vollkommen Latte. Na gut, aber der Boss wird es dir nicht so einfach machen wie ich. Okay, dann sprechen wir mal mit dem Boss. Entschuldigen Sie, Boss. Ich habe dich über die Kameras Schritt für Schritt beobachtet. Ich bin sehr beeindruckt, dass du es soweit geschafft hast. Es ist mein Job, diese Einrichtung zu bewachen und dich auf jeden Fall davon abzuhalten, diesen großen grünen Knopf zu drücken. Das darfst du auf gar keinen Fall machen. Dementsprechend werde ich dich hier nicht vorbeilassen. Bla, bla. Ich würde dich vernichten. Bla, ja, okay. Jetzt kommt der epische Bosskampf gegen den Boss. Dann zeig mal, was du kannst, Prolut Commander. Uh, das sieht ja aus wie eine Weiterentwicklung. Ja, aber das sieht aus wie One-Hit, weil... Bam! Fireslam ist einfach unbesiegbar. Das ist eine effektive, starke Attacke. Also das ist eine sehr starke Attacke, die dann auch noch sehr effektiv ist. Und Volkaloas Feuerattacken machen automatisch doppelt so viel Schaden. Also du hast gar keine Chance. Dann hole ich noch meinen guten Kabunga raus. Und der hat natürlich nicht so starke Feuerattacken, aber immer noch stark genug für dich, oder? Guck mal mal nach. Und, ja, stark genug für dich. Oh, Shatiki möchte... Ne, Volkaloa möchte einen neuen Move lernen. Okay, gucken wir mal nach. Oh, ja, die Attacke ist besser als Feierattacken. Fireslam, weil sie hat ein bisschen weniger Accuracy. Ist in Ordnung. Sie macht genauso viel Schaden. Hat auch die Chance dafür, den Gegner verbrennen zu lassen. Ist auch eine physische Attacke. Okay, sie verbraucht mehr Energiepunkte. Energiepunkte. Aber der Gegner kann theoretisch auch noch flinchen. Und wenn das der Fall ist, dann strong. Dann wird jetzt Fireslam vergessen. Und der schickt jetzt Hunde. Okay, das ist dann wahrscheinlich die Weiterentwicklung von Patchoules. Ich werde einmal Lumion switchen, damit ich auf jeden Fall weit, äh, hier onehitten kann mit meinem Volkaloa. Und dann kann er gleich seine neue Attacke ausprobieren. Uh, naja. Und? Er ist jetzt weg. Bam. Super effektiv. Ciao. Und man levelt bei dem Typen gut. Der Doktor wird hiermit nicht sehr zufrieden sein. Ja, das denke ich mir auch. Komm mal an. Also darf ich jetzt den Knopf drücken? Ich habe versagt. Ich hoffe, der Doktor kann mir verzeihen. Ich verlasse Poletcore. Aber bevor du nur einen Schritt weiter gehst, gibt es eine Sache, die du wissen musst. Der Doktor hat einen Plan, um die Zukunft dieser Firma zu ändern. Und nichts wird sich in seinen Weg stellen. Wenn er bekommt, was er möchte, dann hält er die ganze Welt in den Händen. Alles klar, das wäre es genug von mir. Ciao. Er ist weg. Okay. Press the big green button. Was ist, wenn ich jetzt no drücke? No. Don't you need to press it? Nee, muss ich nicht. Come on, press it. Nee. If you don't press it, you can't go any deeper into Poletcops' secret labs. Press the button. Last chance, press it. Nein. Okay. So, that wasn't really your last chance. Press it now. Nein. Are you ready? Nein. How about now? Nein. Press the button. Nein. Oh, ein Stein ist auf den Knopf gefallen. Das finde ich lustig. Große Security Door hat sich geöffnet. Ja, cool. Dann gehen wir mal dahin. Das finde ich cool. Oh, ein Stein ist auf den Knopf gefallen. Oh, hinter der großen Security Door ist ein großes Security Glas. Gehen wir mal hier rein. Machen wir mal schön Hände waschen. Hier rein. Tu jetzt nicht so, als ob du mich aufhalten könntest, Bro. Ey, du kannst nicht weitergehen. Du hast nicht mal deine Hände gewaschen. Das ist nicht akzeptabel. Ja, sorry. Ich habe gesagt, immer Hände waschen. Leute, wascht regelmäßig eure Hände. Ist wichtig. Und schadet auch nicht. Also, du hattest aber recht. Ich versuche jetzt nochmal meine Hände zu waschen. Ich hätte nicht gedacht, dass es geht. Und natürlich, es geht nicht. Ich hätte aber gerne meine Hände gewaschen. Natürlich. Entschuldigung, ich durfte meine Hände nicht waschen. Ich gehe jetzt... Ah. Okay, dann mache ich dich auch weg. Meine Lumions erfüllen nicht die Sauberkeitsstandards für unsere Labore. Nein, es tut mir echt leid. Okay, weiter geht's. Ey, entschuldigen Sie. Ein weiterer Eindringling. Wofür bezahle ich überhaupt diese Gards? Wenn du so weit in diese Einrichtung reingeschafft hast, musst du sehr zielgerichtet sein. Was möchtest du? Du möchtest meine neueste und wahrscheinlich größte Errungenschaft-Mac nehmen? Ha. Es tut mir leid, aber das kann ich nicht zulassen. Wie du siehst, waren ja gerade dabei, ein paar Tests damit durchzuführen. Um genau zu sein, kommst du gerade rechtzeitig für die große Show. Mach es jetzt! Ja, Sir! Und? Was passiert jetzt? Jetzt darf ich gegen ihn kämpfen, oder wie? Protagon kriegt jetzt auch noch sein Lila rein. Ah! Sir, the test... Ah, und jetzt ist Protagon... Ähm, hier Dings. Böse geworden, weil er jetzt in Kontakt mit dem Stein gekommen ist. Protagon hat signifikante, äh, Strength Gains. Perfekt. Genau wie ich es vorher gesagt habe. Meine Kreation ist voller Kraft. Wir können es testen. Blablabla. Diagnosen. Appears still begrowing. Kraft wächst weiter. Ich weiß nicht, was die Limits sind. Wir können es nicht mehr kontrollieren. Genug! Ich habe hier die Kontrolle. Für diesen Test wird Protagon den Eindringling eliminieren. Dieses Kind hat zu viel gesehen. Und es wäre unvorteilhaft, einen weiteren Zeugen davon kommen zu lassen. Äh, ja, Sir. Aber sobald ich diesen Knopf drücke, wird Protagon ein volles Bewusstsein bekommen und für sich selbst handeln. Das erste Mal. Protagon's, äh, blablabla, wurde nicht vollständig getestet. Blablabla. Ja, ich habe hier, äh, ich gebe hier die Befehle. Da, mach es jetzt. Okay, ähm, Dr. Wanta wird irgendwie verrückt. Ist in Ordnung. Und jetzt ist Protagon böse. Ich verstehe schon. Aber cool. Wir kämpfen gegen Protagon. Protagon's Analyse. Ranged Attack ist gestiegen. Savage Greed ist schlecht gegen ihn. Okay. Aber Blaze Chomp ist stark gegen ihn. Und das heißt, ich habe jetzt vierfache Stärke mit dieser Attacke. Er macht Burst. Oh, das, oh Gott, das haut er richtig rein. Aber Blaze Chomp wird ihn jetzt fertig machen. Bam! One-Hit. Es ist nicht zu fassen, Alter. Das war's mit Protagon. Und jetzt ist Protagon wieder normal. Und er läuft weg. Wie kann das sein? Nach all der Zeit und den Ressourcen, die da reingeflossen sind. Bla, 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 bla. Es kann doch nicht einfach entkommen. Das ist nicht akzeptabel. Bla, bla. Wir können das Kind auch nicht entkommen lassen. Sir, die Polizei berichtet, dass ein riesiges Lumion aus unserer Einrichtung entflohen ist. Ich glaube, sie meint Protagon. Jeder wird sich fragen, wo das Lumion herkommt und es auf uns zurückführen. Wir haben nicht die Zeit, um die Beweise zu zerstören. Wenn ich erwischt werde, bin ich ruiniert. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss flüchten, solange ich noch Zeit habe. Waren startet den Truck. Ja, Sir. Du hast vielleicht mein Lumion besiegt, aber mich hast du noch nicht besiegt. Dr. Wanta lässt nicht so schnell ihre Ambitionen los. Merk dir meine Worte. Du hast nicht das letzte Mal von mir gehört. Okay. Also ich nehme jetzt den Stein mit. Und Dr. Wanta wird sich wahrscheinlich den nächsten Stein grabben und damit dann das nächste Ding machen. Ich verstehe. Dr. Wanta ist jetzt das große Böse. Oh, mein Vater. Oh, ich kann nicht glauben, dass du all das getan hast. Das war so unglaublich gefährlich. Wenn du mir vorher Bescheid geben sollst, dann hätte ich dir auch mehr helfen können. Aber ich bin froh, dass alles funktioniert hat. Und du hast einen weiteren Battlestar besiegt. Einen weiteres Teil des Tablets bekommen. Ein paar neue Freunde gemacht und so weiter. Ja, bla. Habe ich schon gehört. Deine Mutter ist auch sehr stolz. Du weißt Bescheid. Ich denke, du kannst jetzt einfach weitermachen. Auf Route 8. Seh dich dann. Ich gebe dir dann weitere Informationen. Bla, bla. See ya. Ciao. Oh, jemand ruft mich auf der Lumi-Watch an. Dad, ich muss wegmachen. Oh, du kriegst einen weiteren Anruf. Was soll das denn? Ich wollte doch gerade auf... Ja, okay. Ich gehe jetzt. Ähm. Seh dich später. Hey, Conny. Ich bin's, Lukas. Ist alles in Ordnung? Du hast das Theater ziemlich schnell verlassen. Du warst gar nicht im Theater dabei, Lukas. Wir haben noch nicht mal was von Jake gehört. Was hast du getan? Polutkop hat einen Teil des großen Steins und haben geplant, eine Super-Armee von Lumien zu erschaffen. Das ist Nüsse. Lucy, Mabel und ich sind stolz, dass du sicher bist. Bla, ja, Sepharad. Wir müssen weiter voranschreiten. Was? Du gehst auf Route 8? Wir treffen dich dort. Bis dann. Ja, cool. Ist auch alles ganz gut gelaufen. Ich würde sagen, das war dann auch ein guter Abschluss für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao. Ciao.